hallo leute es ist verdammt spät abends wir haben weit nach 21 uhr ja ich stelle hier ein bisschen auf dem balkon und hier liegt überall taubenkacke rum nein ernsthaft wie scheiße verdreckt ist es hier ernsthaft warum müssen die überall hier rumkacken na egal ich genieße den wunderschönen ausblick heißt es nicht wunderschön hier wie auch immer ach ja sommer ist doch immer eine schöne zeit wobei der frühling auch eine schöne zeit ist so das war es mit meiner gute nacht geschichte ihr könnt auch noch was machen aber ich geh wieder rein tschau tschau